10 Richter, dann die Gewinner, da hat es sich schon was. Verschiebern, zuvor und in das Park. Gegen den Altmeister, der jetzt aufschlägt. Wir können Städler kümmern. Jürgen Göttingen. Wie man kann, läuft die Kamera. Läuft nichts mehr, zumindest bei meinem guten Freund Jürgen. Der ist das selbe Stück, er spielt jetzt für den Feind. Und schon stürzt, der 5-5. Gange Göttingen. Drückaufschlag. Annen, obwohl es sein Mannschaftskollege ist, gibt es keinen Punkt dafür. Heute hat er mir noch erzählt, was er gemacht hat. Da müssen wir passiv spielen. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so weit. Der Mix macht's. Der Mix macht's. Applaus Nächster. Und der Vorhand-Topspin war zu konventionell. Das kann kurz wieder ploppen, wenn es nicht der Muppenspin ist. Zum Schluss noch zwei, drei gute Rückhänder. Da hat der Blockpünster logischerweise Probleme. Ich dachte, du wolltest verlieren. Aber nicht fraglich, ne? Nicht fraglich.